Ich hasse es, wenn ich meine Einsamkeit nicht aushalte. Dieses Hohengeheule passiert schon zu oft und zwischen alle zwei Wochen. Was machen normale Menschen, wenn sie so traurig werden? Ich denke, sie wenden sich an ihre Freunde oder an ihre Familie. Das ist keine Option. Diese Wände, sie schreien mich an, sagen mir, dass ich nicht alleine sein kann. Schwach zu Augen, so groß das Entsetzen, wenn sie mir die Augen zerfetzen. Aus den Augen aus, sie sind die Zeit ergrinnt. Die Tage werden dunkler, doch der Alltag beginnt. Ich atme gut als wahr, also bin ich sterblich. Doch von meinen Stimmen allmählich beerdigt. Zwei Gesichter, nur eines hier, stets verstellt. Doch nun bin ich hier, die Fassade verstellt. Nur einer von mir, die Wahrheit zerbricht. In Teilen vor mir, zwei Gesichter. Welches seid ihr, stets verstellt? Und nun seid ihr hier, die Fassade verstellt. Nur einer von mir, die Wahrheit zerbricht. In Teilen vor dir. Was an der Gesellschaft enttäuscht sie oder macht sie so wütend? Mit einem Lächeln auf die Lippe. Während Schreie den Heiterkeit ersticken. Im Moment der größten Ekstase. Spüre ich Erlösung und kein Versagen. Was an der Gesellschaft enttäuscht sie oder macht sie so wütend? Ich strecke Hände ringend nach dem Leben anderer. Was an der Gesellschaft enttäuscht sie oder macht sie so wütend? Was an der Gesellschaft enttäuscht sie oder macht sie so wütend? 康 Nomkel Summe Ist zwei Gesichter, nur eines hier. Stets verstellt. Doch nun bin ich hier, die Zahlen versteckt Nur einer von mir, die Wahrheit zerbricht In Teilen von mir Zwei Gesichter, welches seid ihr? Wie stets versteckt Und nun seid ihr hier, die Zahlen versteckt Nur einer von mir, die Wahrheit zerbricht In Teilen von mir Was an der Gesellschaft enttäuscht sie oder macht? Sie sind wütend Was an der Gesellschaft enttäuscht sie oder macht? Sie sind wütend Was an der Gesellschaft enttäuscht sie oder macht? Sie sind wütend Wie nehme ich eine Maske an, wenn sie aufhört, eine Maske zu sein? Wenn sie so sehr ein Teil von mir ist wie ich selbst Wenn sie so sehr we object 2015 Und nun in der Gesellschaft enttäuscht sie Oooh Untertitelung des ZDF, 2020